Ja, Bernd Nierich, schön, dass du da bist. Wichtigste Frage natürlich zu allererst, wie geht es dir gerade? Gut geht es mir eigentlich. Ich spüre nicht viel von der Verletzung. Der Fuß wird ruhig gestellt, sodass er sich erholen kann und demzufolge habe ich auch relativ wenig Probleme. Deswegen eigentlich rein von der Verletzung her ganz gut. Du hast die Teilruptur der Achillesszene im Heimspiel gegen Großasbach zugezogen. Nach dem Spiel sah es erstmal noch gar nicht so schlimm aus, auch wenn wir natürlich alle noch die Bilder vor Augen haben, wie du vom Platz gehumpelt bist. Einen Tag später kam dann doch die Hiobsbotschaft. Was ging in dir vor, als die endgültige Diagnose dann feststand? Ja, im Endeffekt war ich genauso erschüttert auch anhand der Diagnose, weil ich schon das Gefühl auch hatte im Spiel, dass es schon schlimmer ist. Aber jetzt den Tag danach über Nacht eigentlich keine großen Schmerzen gehabt. Ja und dann kam die bildliche Untersuchung und das Ergebnis. Deswegen hat mich das schon auch ein bisschen verwundert. Aber im Endeffekt muss man sagen, so schlimm wie es ist, dann irgendwie doch auch Glück gehabt, weil es hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Und insofern bin ich froh, dass es jetzt dann doch nur ein Teil anderes ist. Trotzdem bedeutet das für dich das Saison aus. Die Liga biegt auf die Zielgeraden. Wie schwer ist es für dich jetzt der Mannschaft in dieser entscheidenden Phase, vier Spiele stehen noch aus, nicht auf dem Platz helfen zu können? Ja, natürlich ein extrem bescheidenes Gefühl, sage ich, weil die Ausfallzeit ist natürlich das eine. Es ist immer schlecht, wenn man eine Verletzung hat. Aber in so einer Phase, wenn es natürlich um alles geht und man nicht mehr helfen kann, sondern eigentlich nur noch mit gut zu reden, ist das halt für einen Fußballer und demzufolge auch für mich extrem schwierig. Aber letztendlich versuche ich so in der Kabine die Stimmung ein bisschen hochzuhalten, dass man Spaß hat. Das ist das Wichtigste. Und ja, das ist jetzt letztendlich halt mein Part, die Jungs so zu unterstützen, zu den Spielen fahren und einfach so da zu sein. Damit hast du die nächste Frage schon vorweggenommen. Du warst ja beim Auswärtsspiel in Irdingen auch vor Ort, hast viel Kontakt zur Mannschaft wahrscheinlich und versuchst dann außerhalb des Platzes deiner Unterstützung den Jungs mit auf den Weg zu geben. Ja, definitiv, weil ich das schon auch so aufgrund meines Alters und auch der Erfahrung bisher auch in solchen Situationen dann für wichtig empfinde, dass wenn die Jungs ja irgendwelche Fragen haben oder wenn man merkt, einer hadert vielleicht mit irgendeiner Situation oder Trainingsleistung, dass man dann auch da ist in der Kabine, dass sie einfach Ratschläge sich holen können oder wenn ich was sehe oder auch die anderen erfahrenen Jungs, dass man die vielleicht jüngeren Spieler zur Seite nimmt und einfach sagt, pass auf, es geht weiter, du hast die Qualität und sie so dann letztendlich wieder auf den Weg bringt und aufbaut und das ist jetzt ja halt meine Aufgabe und das so ein bisschen auch mitzukriegen in der Kabine oder halt auch beim Spiel in der Halbzeit oder vorm Spiel nochmal gut zu reden. Wie sieht ansonsten dein Tagesablauf auf? Du wirst wahrscheinlich trotz der sommerlichen Temperatur nämlich mal nicht im Liegestuhl liegen und es dir gut gehen lassen. Definitiv nicht, weil ich bin ja nicht in der Presse tätig im Verein, deswegen habe ich viele, viele Aufgaben tagsüber. Der Tag, ja, ist im Endeffekt zweigeteilt. Das eine ist die reine Reha, die ich ja auch außerhalb in der Rückenmühle mache, im Reha-Zentrum, sprich Behandlung und auch Training und den anderen Part dann letztendlich, das wollte ich absolut nicht, dass das sich überschneidet, dass ich dann hier sein kann, auch beim zweiten Training oder bei einer Einheit von den Jungs, ja, um einfach ein bisschen Unfug zu machen, ein bisschen Späßchen zu machen oder die Jungs auch mal zu beschimpfen. Also von dem her ist das mein Tagesablauf und den restlichen Abend dann natürlich einen Fuß hochlegen und schon. Das habe ich mir gedacht, Fuß hochlegen und schon, so sieht das aus. Du bist inzwischen auch heimisch geworden in der Löwenstadt, du bist hierher gezogen. Wie gut kennst du dich im OnTrack denn schon aus? Also Trainingszentrum, Stadion kenne ich perfekt, jetzt die Reha auch. Also von dem her sind es schon mal zwei Standpunkte. Nein, also arg viel war ich natürlich in der Stadt und drumherum noch nicht unterwegs, weil es letztendlich die Situation nicht zugelassen hat. Ich wollte den ersten Fokus darauf setzen, dass wir hier gut zusammenarbeiten, dass ich mich schnell einfinde, dass es hier in der Liga läuft. Das zweite ist natürlich die Wohnungssuche, dass man auch eine Heimat findet und deshalb war ja noch nicht so viel Zeit, jetzt in der Freizeit da irgendwas anderes zu unternehmen. Kevin, mal zurück auf den Platz. Du bist als Mittelfeldspieler, als Sechser führst du eine zentrale Rolle auf dem Feld aus. Wem traust du das denn von deinen Kollegen jetzt am ehesten zu, das auszuführen? André Schubert hat ja für das Spiel gegen Uerdingen eine ganz gute Lösung und erfolgreiche Lösung auch gefunden. Es gibt viele Optionen und das ist das durchweg Positive. Wenn wir gesehen haben, die gesamte Rückrunde immer mal wieder sind Spiele ausgefallen, Fürsti mit seiner Bauchmuskelzerrung oder auch mal eine Gelbsperre. Dann kam Nils Rütten rein, Jari hat das im Mittelfeld gespielt. Pfitze ist natürlich ein alter Haudegen, der das perfekt umsetzt, auch mit seiner Art und Weise, die auch wie gemacht ist in der derzeitigen Situation. Also ist mir da überhaupt nicht Angst und Bange. Natürlich wäre ich trotzdem gerne auf dem Platz, aber ob es jetzt Fürsti ist, Pfitze ist, Christoph Menz kann es spielen, hinten drin auf Sechs. Also da haben wir letztendlich eine ausgeglichene Mannschaft mit super Jungs drin, die alle ihre Qualitäten haben. Deswegen ist das mehr oder weniger auch eine Luxussituation. Am Sonntag ist Preuss Münster zu Gast in Braunschweig. Das Hinspiel haben alle Einträchtler in keiner guten Erinnerung mehr. 0 zu 3 hieß es am Ende, das war vor deiner Zeit. Nichtsdestotrotz, was hat sich verändert und was macht optimistisch, dass das jetzt deutlich besser läuft am Sonntag? Was hat sich verändert? Es bringt nichts zurückzuschauen. Die Hinrunde war letztendlich durchweg nicht das, was man sich vorgestellt hat und eigentlich durchweg auch negativ. Aber es ist jetzt seit Winter eine komplett andere Mannschaft, andere Typen, andere Charakteren, andere Spieler, die die Situation vielleicht auch anders annehmen. Deswegen kann man es gar nicht mehr vergleichen und deswegen ist auch letztendlich diese ganzen Ergebnisse, ob es jetzt Münster ist oder auch die Spiele vorher. Egal was da in der Hinrunde war, sondern wir haben jetzt unseren Rhythmus schon länger gefunden. Wir sind absolut im Flow, sag ich mal. Wir haben Qualität und müssen einfach das gute Gefühl, was wir uns die ganzen Spiele in der Rückrunde aufgebaut haben, wieder mit reinnehmen. Und dann ist es jetzt Münster am Wochenende, aber das ist ein Gegner wie jeder andere. Das ist ein Spiel für uns, das extrem wichtig ist. Und deswegen tun wir gut daran, an unsere Qualitäten zu denken und darauf zu schauen und nicht, was in der Vorrunde war oder sonst was. Was für eine Begegnung erwartest du am Sonntag? Ja gut, natürlich ist es so, dass es für Münster um nichts mehr geht. Nach oben hin sind gerettet, nach unten hin passiert auch nichts mehr bei denen. Deswegen spielen sie einfach, weil sie Siege einfahren wollen und zeigen wollen, dass sie eine gute Mannschaft sind. Und bei uns geht es um alles. Deswegen ist das eine Konstellation, die wieder ein 50-50-Spiel hergibt. Zwei gute Mannschaften, die guten Lauf haben, die Qualität haben und demzufolge, glaube ich, wird es ein schönes Spiel. Du hast es gerade angesprochen, es geht um alles. Vier Spiele stehen auch aus. Gefühlt ist in der Liga, auch wenn ihr jetzt nicht so oft auf die Tabelle schaut, alles recht eng beisammen. Worauf wird es in den vier Spielen ankommen, um am Ende die Klasse halten zu können? Auf die Leichtigkeit und auf das Vertrauen in die eigene Stärke und auch letztendlich die breite Brust, die wir durchaus haben können aufgrund der Ergebnisse. Es bringt nichts, wenn wir uns jetzt verrückt machen, dass nur noch vier Spiele und wir müssen jetzt so und so viele Punkte holen und hoffen, dass die anderen. Nein, wir sind gut damit gefahren, dass wir gesagt haben, wir haben Qualität, wir haben gute Jungs und haben auch einen guten Plan, wie wir auftreten wollen, wie wir spielen wollen. Und wenn wir den zu 100 Prozent verfolgen, dann holen wir die Punkte, die wir brauchen und dann bleiben wir in der Liga. Und darauf gilt es sich zu fokussieren und damit sind wir am stärksten. Eine Frage noch zum Schluss. Wann werden wir Bernd Nierig wieder selber auf dem Platz sehen? Kannst du deine Prognose abgeben? Definitiv nach dem Spiel, wenn ich mit den Jungs vielleicht am Jubeln bin, da bin ich auf dem Platz. Aber mit Fußball schon ist das Ziel, aber das ist auch noch relativ vage zur Saisonvorbereitung. Da muss man jetzt einfach die Nachkontrolle in vier Wochen nochmal abwarten, was das Bild sagt und dann kann man den letztendlichen Reha-Plan aufstellen und kann auch vielleicht ein bisschen näher sagen, wann der Termin wieder steht, wann wir auf dem Platz zurückkehren können. Dann drücken wir für die Reha die Daumen, wünschen dir gute Besserung und hoffen natürlich, dass wir am Sonntag die drei Punkte hier am Eintrachtstadion behalten werden. Vielen Dank Bernd Nierig. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.